Hallöchen.... und herzlich willkommen zum Schweinebriester WURZ WUUUY Und zwar Life ist Strange und glaub� mir Ladies and Gentlemen Life ist tatsächlich Strange, ja? Wieso habe ich mich für diesen Titel entschieden? Ähm,... Einfach weil er mich extrem gereicht hat Weil ich wissen wollte, was Square Enix da so fabriziert hat. Ich weiß, es ist schon ewig draußen. Life is strange, aber ich wollte eben so lange warten, bis wirklich das Finale draußen ist. Weil ich hasse es, wenn ich irgendwas anfange und dann muss ich, keine Ahnung, gefühlte acht Jahre warten, bis mal wieder was Neues kommt. Aber das ist jetzt nicht der Fall und ich mache das jetzt auch. Ich bin übrigens, äh, unten stand, ja, aber da steht es noch. Äh, euer Dynamite. Oh. Press any button. Okay. Oh nein, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Hier, save game 1, game not started yet. Ich habe bloß mal kurz, das ist aber auch schon lange her, äh, in den Einstellungen etwas herumgeschraubt. Warum, was auch immer ich da gemacht habe, es wird schon stimmen, weil das Spiel habe ich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, zwei Monate auf dem PC, aber ich muss da abwarten, bis ein Let's Play von mir ausläuft, dass ich das hier angehen kann. Ähm, new game? Wollen wir anfangen? Komm, wir fangen an. Bin ich mal gespannt, was das ist. It's a story-based game, that future's player choice. Ah, also, alles, was wir, wir kennen es ja von anderen Spielen, wie, äh, Wolf Among Us oder Walking Dead. Alles, was du tust, hat hier Einfluss auf die Story. Es regnet, es regnet, wir sind alle krass. Hallo, gleich. Where am I? What's happening? Aber übrigens, das Spiel ist doch ein Schuss. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's a lighthouse, I'll be safe, if I can make it there. I hope, please let me make it there. Was, jetzt kann ich schon spielen? Ah, toll. Darf ich kurz mal was gucken? Settings. Also, video settings. Admonst. Video settings. Ah, cool. Hi, 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 hi. Fullscreen, yes. Mhm, mhm, mhm. Back. Back. Audio settings. Oh, was? Äh, subtitles, ja. Lassen wir natürlich an. Ich lasse mich mal kurz hier die Musik etwas runter... Wobei, ich kann das ganze Spiel etwas runterschrauben. Voices bleibt... Ja. FX machen wir mal... So. Ja. So ist gut. Bug. Bug. Resume Game. Oh, wieder okay. Ah, da ist der Speichersektor. Oh, das ist unser bester Freund. Ähm, kann ich rennen? Nein. Gut. Vielleicht mach mal die Maus ein bisschen langsamer. Ist auch schon besser. Jetzt schwankt das hier so auch. Ähm, jetzt ist es auch nicht mehr so abgeschlaut. Oh, ein Donado. Oh, ein Gro... Oh, ein Großer Donado. Ach, du Scheiße, was ist denn da los? Können wir da was machen? Was? Blackwell. Alter Verwalter. Okay. Aha. Hier waren wohl ein paar Kämpfer oder so. Alter. Stürme ein bisschen, ja? So geht nicht. Holy shit. Ich habe kein Passauzeug. Ich habe ein paar Kuss anders von hier. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Das war so surreal. Famosly called film, Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in Black and White? I didn't fall asleep. And that sure didn't feel like a dream. Weird. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame any one of you on a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Wieso? Sieht doch gut aus. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious. Ah, du bist als eine Fotografin, Kleiner. Okay. Too obvious? What if Arbus chose to capture people with the height of their beauty or innocence? Shit. If anybody else looked at this, what would they think? Keine Ahnung. Aber, glaubst du, dass ich, äh, das alles lesen werde? Süß. Ein Tagebuch. Was kann ich hier? Ah. Max. Das bin bloß ich. Aha. Oh. Das alles lesen ist natürlich jetzt böse. Ich kann sie mal ein bisschen überfliegen. Ja, sie ist Fotografin. Das weiß ich jetzt auch schon. Sie ist 18. Okay. Machen wir weiter. Er ist einer der besten Fotografen. Okay. Ah, unterrichtet. Nee. Der Winner hat den Fliegel. Okay, die machen alles super. Also, every day's heroes. Fotoshootings. Beziehungsweise, man muss das abfotografieren. Und der Gewinner fliegt nach San Francisco zu dieser Blackwell Akademie. Ups. Wer ist Kate? Okay, so ein kleines Mauerblümchen. Was haben wir sonst noch? Victoria. Ah, das ist praktisch eine Elite-Schülerin. Ist ja cool gemacht hier. Ah, Episode 1. Chrysalis. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich denke schon. Was ist das? Safe Games. Huch. Entschuldigung. Aha. Die Blackwell Akademie. Okay. SMS. Warren. My Flash Drive. Hey Mad Max, let's bust shit up. Aha. Please. Oh, toll. Ist ein totaler Idiot. Mom. Ah. Exo. Die ist also gerade... Okay, die wollen sich also heute noch treffen. Dad. Oh. Hat eine brillante Augen. Nicht schlecht. Sie könnte eine andere Beobachtung nehmen. Take a selfie. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan ihrer Arbeit. Ich liebe Robert Frank. Ich auch, Victoria. He captured the essence of post-war beat in America. And there was honesty about the economic conditions of the air. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class lat... I should take a picture. Plus it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. I have to get my daily selfie quota. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Now, contrast Frank's Stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Was? Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Okay. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Uh... Uh... You're asking me? Let me think. Um... You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created Daguerreotypes? A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerreian process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American Daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be fetted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Lol. Okay, was machen wir? Notebook. Nee. Komm, wir gehen erstmal hierhin. Computer, use. Use. Hör drauf. Use. Use. Looks like somebody was already working on this. Cool. Cool. Können wir da ein bisschen verschnörkeln. Wo ist denn hier? Gib mir mal den hier. Library, the site of print web. Okay. Hm, 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 hm. Ich kann hier nichts machen. Back. Hi, Kate. Hi, Kate. Cool. Hi, Max. Ich muss einfach bloß runter, oder? Hallo. Hm, das könnte einen coolen Schuss machen. Schon. Hol mal deine Kamera. Ah, ich hab meine Kamera. Okay. Alter, wie die flirtet, gell? Die Sau. Ähm, lass uns mal hier... Komm, wir gucken mal. Ich sollte es wissen, sie wird besserer Equipment haben als Blackwell. Okay. Komm, wir reden mal. Produkt. Die GLT 64S. Mit all dem Spät und Power aus einer neuen Greenlight. Bla, bla, bla. 5000 Dollar, Alter. Bist du eigentlich verrückt? Komm, wir drücken auf Buy. Verdammt, das geht nicht. Schade. Wär jetzt cool gewesen. Äh, look. Mr. Jefferson? Nee, da, look. Da, look. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Ah, jetzt hab ich's kapiert. Jetzt hab ich's kapiert. Hier, Foto. Ah, jetzt hab ich's Spielprinzip kapiert. Guck mal, ähm, mach mal. Hab ich grad hier... Kate? Also, ich kann entweder, wenn ich, äh, nach oben geh, sie anschauen oder begutachten und wenn ich nach unten geh, mit ihr sprechen.